hallo und herzlich willkommen auf meinem kanal claudia mein leben und ich habe die in style box bekommen ja da bin ich total gespannt und die packen wir jetzt zusammen aus oder ich mache den deckel auf ich wo die ist ganz schön schwer heute da ist der klebe nicht fallen der klebe lässt sich komplett und dann gibt es diese schöne junge dame hier drauf die herbst edition da sind auch die ganzen sachen drin aber ich möchte mich nicht spoilern lassen sondern wir schauen dann nach und nach was wir hier drin finden da haben wir als erstes ein von einem women luxury shower gel follow your soul von s oliver das ist sehr schön da sind 75 milliliter drin und dann schau ich mal dass ich das finde da ist es wir sind keine preise drin auch mensch naja dann brauche ich reingucken ok also einmal shower gel von s oliver riecht das gut sonst geht es direkt weiter riecht sehr schön frisch also gefällt mir dann geht es weiter von sante naturkosmetik eine family glanz spülung family glanz spülung ja mit bio birkenblatt und provitamin b5 silikon frei ja kann man immer gebrauchen glanz für natürlich wirksame pflegeformel für normales glanzloses haben gut glanzlos ist mein haar jetzt nicht aber ein bisschen mehr schadet ja nie dann haben wir hier eine augencreme drin und zwar eine augencreme für alle hauttypen von anna ivanovich natural performance sagt mir gar nichts und 15 milliliter wird also eine fullzeit größe sein und ja da sind ganz viele natürliche inhaltsstoffe drin augencreme wisst ihr ne nämlich alles was ich kriegen kann wenn was hilft wird es nachgekauft dann haben wir von paula's choice exfoliate ein 2 prozent bha liquid exfoliate salicylsäure okay das ist also ein chemisches peeling genau bha ist also fruchtsäure würde ich sagen nicht wahr ja genau ist mit fruchtsäure das heißt wenn man das aufträgt dann sollte man auf jeden fall sonnenschutz tragen weil man sonst pigmentstörungen bekommen könnte das ist auf jeden fall sehr sehr gute qualität richtig festes plastik gefällt mir sehr sehr gut dann habe ich hier etwas von orimai bei viktoria swarovski hallo flashing lights cleansing foam jetzt fängt die auch noch an der zarte milde reinigungsschaum mit aloe vera und hyaluronsäure befreit die haut von make up rückständen schmutzpartikeln und überschüssigem fett die perfekte vorbereitung für die nachfolgende pflege für alle hauttypen ja da kann man nichts verkehrt machen oder ist bestimmt schweineteuer weil das war aufs geht ich wusste gar nicht dass sie das macht egal dann gibt es was zu essen das ist sehr schön von lind die hello nice to sweet you vegan pretzel and nuts mit hafer drink und der karton ist ein graskarton wow okay was ist alles umgebt das finde ich doch toll ist da irgendwas mit walnüssen und hasernüsse und mandeln so aber das wäre ja nicht die install box wenn das jetzt schon alles gewesen wäre hier ist noch einiges drin und zwar habe ich jetzt hier einen glimmer stick von avon den hat man doch schon irgendwo drin pink box den finde ich jedenfalls den finde ich gut den habe ich schon aus in einer schönen farbe das ist doch genau meine farbe für habe ich glaube ich heute auch drauf dieses blau also so ein blau teal sparkle ja wunderbar schauen wir uns an oh ja sehr schön schaut mal sieht man jetzt sehr schlecht als es glitzert mehr als man jetzt sieht das ist auf jeden fall richtig gut und ich glaube da ist sogar noch ein zweiter drin oder ob das ein fehler bei mir ist glimmer stick das ist total matt das ist ein lip liner in coral warum der dann glimmer stick heißt weiß ich auch nicht glimmer stick ja aber der ist matt da glimmert nix bin ich heute kritisch ich weiß nicht bin ich heute zickig hilfe okay dann haben wir etwas von fräulein b berlin beauty ein pinsel ein sehr sehr schöner eiblender pinsel den finde ich auch sehr ansprechend hübsche farbe schöne abgestimmte verpackung sowas mag ich ja immer sehr gerne und ich habe schon einen pinsel von fräulein b und der gefällt mir richtig gut finde ich gut dann haben wir noch eine probe drin oder ist das eine probe oder ist das naja jedenfalls ist es ein von elizabeth aden uiuiui eine 8 hour cream skin protectant reparateur okay elizabeth aden new york ist auf jeden fall teuer das all in one beauty geheimnis für tag und nacht legendäre hautpflege klassiker wirkt wunder wenn es darum geht die haut und feuchtigkeit zu versorgen und zu schützen jederzeit und überall ganz nach bedarf formt augenbrauen revitalisiert ihre ausstrahlung spendet trockenen händen feuchtigkeit und pflegt sowohl haak nagelhaut als auch nägel ok dann ist das also nicht fürs gesicht formt augenbrauen so oft wie erforderlich großzügig auftragen und dann geben die uns 8 ml 5 ml ganz großzügig auftragen zweimal ok aber wir haben hier noch was ah ne wir haben zwei sachen noch hier drin na wir hatten ja schon lange keine pinzette mehr aber die ist gut die ist von nichts die hat keinen namen es ist einfach nur es scheint ein goodie dann zu sein dann muss ich nochmal gucken ob hier wirklich ja aber hier ist noch was ganz tolles drin da freue ich mich total da freue ich mich es ist natürlich eine lidschattenpalette ich freue mich immer wenn ich lidschattenpalette auch die ist ja schön von pixi by petra die fx shadow palette in der farbe rosette ray boah ich liebe das packaging von pixi ich finde dieses grün auch immer schön natürlich und das hat diese tollen farben so moviges rot seht ihr die schimmerpartikel sehr schön oh ja da freue ich mich sehr drüber und ja das war die in style box in der herbst edition und ich bin wie immer begeistert die ich habe mich ja um entschieden ich hatte erst die luxury box die kostet alle drei monate 49 euro und jetzt habe ich mich aber für die in style box entschieden und die kostet alle drei monate 29 euro und ich finde das preis leistungs verhältnis ist bei der in style box auf jeden fall viel besser also ich freue mich wirklich wahnsinnig über die lidschattenpalette die finde ich toll und auch die glimmer sticks und die schokolade und der pinsel und ja die pflegeprodukte finde ich auch klasse die pinzette naja ist ein goodie aber eine pinzette kann man immer brauchen ich freue mich jedenfalls und ja ich würde mich noch mehr freuen wenn ihr meinem video ein däumchen nach oben geben würdet da würde ich mich total darüber freuen und wer das gerne öfter sehen möchte der darf mich natürlich auch kostenlos abonnieren da bin ich ja gar nicht so ihr lieben bleibt gesund das ist das aller aller wichtigste und nehmt eure lieben in den arm die haben es nämlich nötig ihr lieben passt auf euch auf und bis zum nächsten mal eure claudi bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal